Also beim Quickplay, ich wollte gerade sagen, ich habe ein Rennen, ne habe ich nicht. Im Quickplay kam einer, da habe ich auf den geschossen, da meinte er dann so, oh nein, don't shoot, don't shoot me. I go with you oder so. Echt? Und dann, ich, oder ihr fragt, brauchst du Hilfe? Ich habe dann geschrieben, nein. Und dann war er trotzdem immer bei mir, da sind wir zusammen. Das ist geil, das ist mir bis jetzt noch nie passiert. Nicht, ne? Ne. Ich wollte es eigentlich gar nicht, ich wollte ihn eigentlich abschütteln, aber dann dachte ich, naja, dann ist er halt dabei. Aber wir sind nicht weit gekommen. Im Sumpf hat mich dann einer umgeniedert. Oh, ist der da hinten? Okay. Da hätte ich ja draußen bleiben können. Oh Mann, die Fahne ist direkt im Weg, sind selbst nicht so ein Mensch hier. Der guckt, ähm, der guckt Richtung Südwesten. Der wartet. Okay. Hinter dem Felsen oder davor? Hinter dem Felsen. Da ist dein Kumpel, da hinten. Ah, ja, jetzt sehe ich sie. Die schießen aber nicht auf jemanden. Oh Mann, ich habe knapp dann hingeschossen. Achtung, der Schwarzmacher rennt weiter in deinen Wichter. Oh, der ist da. Ich bin weiter nach links. Ich habe ihn. Sehr gut. Sein Leiterin, sag mal. Da liegt seine Leiche. Ich bin bei seiner Leiche. Also, ich habe so einen Blick eigentlich. Okay. Okay. Wie ist sein Leiterin? Oh, hier ist mir ganz einer. Das leistet ihn noch. Ich finde, da ist kein Quart. Ah, da ist noch einer. Das ist ein Make, glaube ich. Ich habe es jetzt da. Was ist der bei dir jetzt? Das ist auf der Brücke. Ah, ja. Hat den Hit? Direkt da. Ich habe ihn. Sehr schön. Hier sind noch welche. Nee, da sind noch welche. Ich muss mich kurz rein, dann gucke ich. Oh. Bist du das? Ja, da bin ich. Ja. Mach ihn mal bitte, wenn du siehst. Dort? Sind sie da drüben? Ah, jetzt würde ich klappen. Ich habe nichts vorher gesehen. Da steht einer. Da drüben mal. Da drüben mal. Hast du nie gesehen? Nein. Das ist jetzt ganz schön. Ja. 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 Oh, einer ist da. Ich habe ganz kurz gesehen, wie das Subwriter. Bist du das? Ja. Hinter uns? Nein, ich hänge fest. Oh, scheiße. Von hinten. Ja, das ist schon so. Oh, ich hänge gar nicht in einem scheiß Baum, Alter. Könnte ich kotzen. Pass auf, den von rechts auf, Alter. Nein, zu mir liegt jetzt zu hoch. Nein, zu mir liegt jetzt zu hoch. Da ist er, oder? Nein, schade. Das war auch ein schwarzer, also so ein Schwarzrock oder sowas. So, so. Das war auch ein schwarzer, also so ein Schwarzrock. Ich habe irgendwo Schritte gehört. Da ist er, da hinten. Ich kenne es mir nicht genau, oder? Da schießt wahrscheinlich wieder rüber, zu den anderen Zweien. Nein, ich fahre nicht so. Da, Furt, ja. Sehr schön. Heb mich auf. Fuck, den Fütter habe ich schon mal gegeben. Echt? Ja. Zum Schwarzmann. Danke, danke, danke. Oh, da durchs Wasser kommt jemand. Ich habe von links auch etwas gehört. Ja. Da durchs Wasser. Oh, ja, ich sehe ihn. Da drüben. Da drüben. Danke. Da drüben. Da drüben. Vielen Dank. Oh, sie steppt hier vorne. Okay. Und über die Brücke. Ja, hat einen Hit. Der ist da im Gebüsch. Oh, hier hinten beim Haus. Pass auf, der pusht mich. Ich hab... Oh, da schießt noch einer von hinter uns. Ja. Oh, fuck. Scheiße. Weiter links, weiter links. Kann ich dich aufheben? Ja. Der ist viel weiter links. Okay. Der ist da, wo der Schwarzmutter gestorben ist. Ah, okay. Aus der Richtung. Das haben wir fast nur noch aus. Oh, da ist auch da vorn. Okay. Oh, scheiße. Der kommt mir her. Der nicht gekriegt hat, kommt von rechts. Außer auf einer kommt noch von rechts. Das wäre schön. Ich heb dich auf. Der ist der andere. Also auf den anderen läuft. Der ist immer noch bei mir. Oder hast du den ausgehoben? Nee. Ich hab langsam keine Munition mehr. Da war vorhin da rüber gerannt, irgendwo. Oh, der ist dahinter. Da hab ich was. Ja. Hab einen Hit. Direkt dahinter. Hab noch einen Hit. Ich hab einen. Ah, ich hab den noch. Mhm. Ich hab hier durch die Bäume durchgeschossen. Ja. Ja, durch den Schlitz. Da hab ich seine hässliche Rübe gesehen. Alter, so positiv. Geil. Du hast ja die ganzen Leute jetzt liegen. Ja. Ich weiß gar nicht, wo die alle liegen. Der eine war hier. Ach, der ist runtergefallen. Ja. Und einer liegt mir alle auf dem Ding. Klar, Schiff gemacht. Wie ist denn der da hochgekommen? Sag mal. Ja, schau. Oh, der hat ja noch weniger Munition als ich. Ja, hier liegt noch ein. Scheiße. Scheiße. Mist. Wo war denn der jetzt? Aus Neureich. Südosten irgendwo, aber von wo? Mann, nur noch drei Schuss im Gewehr. Ja, wenn ich klicke habe, brauche ich bloß einen Schuss für den. Okay, ich habe ihn gesehen. Also, ich weiß, wo er herschießt. Den wäre ich verarschen. Wenn er denkt, dass ich jetzt da unten lang gehe, komme ich von hinten, von oben. Hoffe ich. Was machst denn du, Micha? Ich klicke was aus. Ach so. Kekse. Mist. Er hat sich wahrscheinlich auch wieder nach Völkungen zuschossen, mag ich nicht mal hin. Ich sehe ihn nicht. Ich klicke, was ich durch Zufall gefunden habe. Ein Jäger. Warte mal, ich nehme mal die Scharfschütze. Da sehe ich, irgendwie reicht. Ja. Das ist ein Platt, oder? Ja. 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 Das ist ein Secretary. Ja. Da äh. Ja. Ich kann mich nicht dafürreden, dass sie nicht so leicht versuchten. Mann, scheiß Bäume. Mann, scheiß Bäume. Mann, scheiß Bäume. Ich kann noch nicht mal sein Köpfchen zeigen. Okay, von da hinten. Scheiße, naja. Warte mal, habe ich was zum Löschen dabei? Ne, nur noch zum Anfackeln. Scheißer. Bist du aus? Wie viel Leben hast du noch? Oh, jetzt bist du tot. Scheiße, oh, ich mich jetzt erschrocken. Scheiße. Ich will das dumme Schwein eigentlich mal umbringen. Aber hat doch keine Anstalten. Ich glaube, der hat sich verpisst. Ich will das dumme Schwein. Ich will das dumme Schwein. Hab ich den Ohr mit abgeknallt? Ich glaube, der hat auch noch gejammert, oder? 6 plus. Kam mir irgendwie mehr vor. Ich glaube, der hat sich den Ohr mit abgeknallt.